Ohne Kopfhörer hört man echt gut. Da hast du das volle Hör- und Klangerlebnis. Dem habe ich den Schädel eingeschlagen. Ich sehe sie. Sie rennen wie die Bekloppten. Geil oder? Die kriegen endlich mit, die sind völlig wie im Zauber. Ja, im Weihnachtszauber gefangen. Gucke, da tanzen sie und schießen. Da gucken sie hoch, da drehen sie sich. Um den Weihnachtsbaum. Geil. Gibt es als Quest dann, dass du fünf abschießen musst an den Weihnachtsbaum. Ach so? Brauchst du mal was zu essen, Menschen, um zu trinken? Nö, hab ich schon alles, danke. Weil hier hinten habe ich festgestellt, in den Regalen steht hier viel rum. Steckt extrem viel rum, ja, ja. Da findest du auch die ganzen Tuschankas und so. Ja, ich brauche nämlich noch eins, damit ich hier noch... Ja, guten wird es auf jeden Fall. Ist es nicht. Ja, was für links? Das Quarsh braucht noch. Da springt jemand. Ich bin jetzt links unten am See, Benji. Ja. An dem Weihnachtsbaum. Mein Skeff ist weg. Ja. Bist du schon über der Brücke gewesen? Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, ich habe Sturmmann in die Fresse geschossen, Alter. Ach so, hast du den... Hast du den Joke mit? Scheiße, den hab ich vergessen. Weil wir so gequatscht haben. Ach so. Sorry. Boah, ich gebe dir schon mal die Kohle. Komm her, damit ich sie nicht verlieren muss. Ich schmeiß die ja hin. Zack. Da liegt sie. Siehst du? Danke. Bitte. Benji mit Geld abgelenkt. Jetzt kann ich ihr in Ruhe liegen. Ah, da steht ja noch. Was denn? Alter, was setzt denn der sich da oben wie ein Papagei auf die Stange, Junge? Ach, was soll denn das für eine Aktion sein, Alter? Das hat er nun davon. Witzig. So, vor allem da ist es hell. Oh, Alter. Sorry, Leute. Oh, ey. Oh, Alter. Ey. Weil ich das Mikro so laut gedreht habe und dann koppelt das gleich direkt zurück über die Kopfhörer, Alter. Ist das so ein Scheiß, Mann. Warum ist das so, Mann? Ich muss mir mal ein anderes Mikrofon holen, irgendwann. Hänge rüber. Und sie dir? Skeff. Der hat den Popo rangemacht. Dann weiß ich, ob ich noch was gehört habe. Ja. Noch ein Skeff? Klappenfallen sehen. Ey, ich brauche ja Tos. Der hat eine, oder? Der hat eine. Aber ich brauche noch eine. Hering. Aber ich, mein Toschonka, was ich brauche, das ist nicht da. Das ist Mist. Mit 1,5 sag ich dir Bescheid. Ja. Das bringst du einfach mit. Ey, Leute, hier war ich ja noch nie. Das ist das wahre Paradies, Junge. Das ist doch, das ist geil. Das findest du alles. Das ist ein echter Delikatladen. Deli. Deli, ja klar. Ja, kannst du nur mit Westmark bezahlen. Was kommt? Warte? Ja, es kommt hier runter, vom Pier. Richtung Pier. Hallo. Aber ein Skeff. Ja, aber der Typ ist noch hier. Ja, ich weiß. Hier kommt was hier ran. In der Richtung. Oh, die er in der Fresse gekriegt hat. Vom Feinsten. Ich habe sie gesehen. Aber Achtung. Ich habe hier gerade Schüsse vom Old Man's, oder wie das heißt, gehört. Dead Man's Place? Ja. Von dort? Ich dachte so ein Holzlager. So, ich brauche Toschongas. Ich bin tot. Du auch? Ja. Scheiße. Da stand doch einer hinter der Ecke. Scheiße. Das ist wahrscheinlich sein Kumpel gewesen. Mist. Ich wollte mich gerade laben am feinsten Zeug, Alter. Wer steht denn dort? Das gibt es doch gar nicht. Da ist doch gar nichts. Das war bestimmt sein Kumpel. Gehen wir unten lang. Der ist unten. Ja. Im Haus, oder was? Was heißt unten? Äh. Er ist nicht hier rum. Er ist da unten an der Ecke, wo es runter zum Wasser geht. Am blauen Zaun. Weißt du? Alter. Scheiße. Was ist da los? Raus. Raus. Ich habe da eigentlich gesehen. Am Wasser war aber nicht sicher, ob es ein Baumstump ist. Alter. Ja. Ja, Thomas. Dann mach mal ein kleines Päuschen und wirst es ja sehen. Vielleicht. Ich habe auch schon mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr Videos zu machen und so. Aber dann. Es ist doch eigentlich. Wo war der? Ja. Mach dir die fest. Weißt du? Oh, der hat mich. Alter. Ich war doch schon um den. Oh, Mann. Weil die muss man gerade ziehen. Aber bin er halt noch am 4. Oh, er ist tot. Benji, ist tot. Achso. Achso. Komm jetzt wo? Schöne SKS hat er. Oh, ich habe ihn getötet, Mann. Mit dem Mohrsinn sogar habe ich ihn in einen reingeprätselt. Klaas, Kev, du Assi. Oh. 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 Blödes Schwein. Hier ist der Exit. Aber der. Was? Nee. Doch. Und was? Hier ist der Exit. Exfitrierst du hier? Nee. Könnte ich. Kann man. Jetzt ja. Jetzt könnte ich rausgehen. Nö. Doch. Hä? Ja, klar. Doch. Hände sie? Warum dort? Ich war letztens da unten. Da geht's auch. Okay. hier auch hier geht's auch hier geht's auch ja das wird wahrscheinlich hier überall exit sein damit du nicht rüber gehst von da zur lighthouse ich bin weg scheiße ich habe die zahl gar nicht mehr gesehen aber jetzt bin ich weg ich bin auch raus so jetzt geht der matze eine rauchen wie trifft er mich also ich bin schon längst um die ecke hat er eine rote jacke ich habe was rotes gesehen ja ja Mist. Komm ich jetzt? Renn doch weg. Das dumme Schwein. Er hat mir eine schwere Brückung verpasst. Komm ins Flugzeug. Gibt es denn sowas? Was ist denn? Nö. Hier ist ganz viel Blut. Minus. Einen habe ich Minus. Okay. Bist du tot? Ich bin tot, ja. Der lag hier im Gebüsch. Ich weiß nicht von wo. Ey, ich bin tot. Ich habe nicht mal was gehört. Sie sind abgelenkt, die kleinen Herrscher. Aber wir gucken uns das erst mal an. Ich finde das zu putzig. Aber guckt es euch an. Oh. Sein Kumpel tanzt nicht mehr, Leute. Und sie waren doch so glücklich. Zu zweit. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch die Granaten flogen schon zurück. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich weiß nicht. Irgendwie. Schafft er das immer nicht richtig alles zu lesen. Das ist das lustige. Ja. Ich habe eine riesengroße Beschreibung. Da kommt auch ein Dampf raus. Dass der ungiftig ist. Ach so. Oh, das ist giftischer Dampf. Da müssen wir aufpassen. Da geht man am liebsten Bogen um diesen Scheiß. Obwohl der ja ungiftig ist. Ja. Da war noch so eine Ratte. Hä? Ach, leck mich doch. Alter. Erlebt doch. Okay, hau ab. Meine Granate ist raus. Okay. Ich habe einen Headshot bekommen. Ach so, ich auch. Von der anderen Seite. Oh, shit. Hey. Hälst du meinst. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie wird er denn vertragen, sag mal? Ist das nicht der Exit-In-Suchemuster? Oh, der sah gefährlich aus. Ach so. Survive and Extract. Er sagt das doch gleich. Ach, Mann. Kotzt mich an heute. Klappt auch gar nichts. Milkshake. littleantwortlich. Der alter Charmeur. Musik 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 Musik